Musik In der Baby- und Kleinkind-Sprechstunde können Sie sich als Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren regelmäßig beraten lassen. Dieses Angebot von Koki-Netzwerk Frühe Kindheit finden Sie an verschiedenen Standorten im Landkreis Mühldorf am Inn. Musik Eine erfahrene Familienkinderkrankenschwester steht Ihnen dabei für Ihre Fragen und persönlichen Anliegen zur Verfügung. Musik Dabei kann es um ganz verschiedene Themen in der Entwicklung der Kinder gehen, so zum Beispiel um das Ein- und Durchschlafen oder die Begleitung in Trotzphasen. Musik Aber auch zu den Themen Stillen bzw. Abstillen und zur Ernährung im Allgemeinen kann mit der Familienkinderkrankenschwester gesprochen werden. Musik Darüber hinaus können Sie Ihr Kind messen und wiegen lassen. Die Beratung in der Baby- und Kleinkind-Sprechstunde ist kostenlos, unverbindlich und auf Wunsch anonym. Musik Alle Informationen und Termine finden Sie im Internet auf der Landratsamtsseite unter Koki und Baby-Sprechstunde. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Musik 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 Musik